Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die australische Melodik-Dance-Metal-Band Mr. Kill. Diese hat ihre erste Single mit dem Titel Annihilation von ihrem vorstehenden Debüt-EP als Lyrik-Video veröffentlicht. Mr. Kill sagt über dieses kraftvolle Lied folgendes. Annihilation ist ein Konzept-Track über ein überwältigendes Ende der Welt-Tage, den wir zu unserer Überraschung derzeit in bestimmten Teilen der Welt ähnelt. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Tracks haben wir keine Idee, dass dies eintreten könnte. Unser Herz und unser Beinheit gilt allen da draußen, die unter unvorhergesehenen Ereignissen leiden. Letzte Woche haben wir Artwork und Tracklist veröffentlicht. Der Veröffentlichungstermin für unsere Debüt-EP, The Day of Reckoning, ist der 31. Juli. Die Band wurde 2017 in Melbourne, Australien von Justin Case gegründet und kombiniert eine Reihe von Musikstilen. Sie konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf melodischem Death-Metal und behandelt die lyrischen Themen, Turbulenzen, Dunkelheit, Ignoranz und Disputismus. Mr. Kill fängt aus klangvollen, hohen Tönen, Schreddern und dunkel gezeichneten Momenten ein breites Spektrum an Energie ein, die erlebt werden kann. Das schwere Gitarren-Riffing und das unglaubliche Drumming stehen weiterhin im Vordergrund. Zusammen mit dem Gesang weiß Mr. Kill immer, wie man die richtige Balance findet. Sie halten an einem melodischen Konzept fest und bahnen sich ihren Weg durch eine emotionale Kulisse. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.